Der Gast, der nervt. So, jetzt habe ich keine Fackeln mehr, muss ich mal schnell mal ein paar Fackeln machen. Jetzt kommt der schlimmste Teil, da müssen wir irgendwie da auch hinkommen. Nach da oben hoch, weißt du es? Jetzt haben wir da draußen irgendwo so einen durstigen, blöden Gast, den wir nicht sehen. Ne? Wo ist er? Nicht, dass du da runterfällst, aber ich will gleich weiter bauen. Wo ist das Mistvieh? Ich sehe ihn nicht. Ich habe gerade einen Fuss zu Hause. Das Mistvieh. Ja, ich sehe ihn, der ist links von uns. Da oben ist er. Hast du noch totgemacht? Nein. Hüpf hier nicht so rum, das geht es hier runter. Pass auf. Das haben wir so am Rande bemerkt. Das kann hier in Notfall sehr ganz böse enden, das Ganze. Die sind noch nicht so rum, das ist hier. So, jetzt machen wir so rum. Es geht an den Nachbarn. Oh, das geht? ARD Text im Auftrag von Funk Lange ich ihn für keinen Ton höre, ist alles in bester Ordnung von dem. Das habe ich mittlerweile rausgekriegt. Nein, schleichen. Oh, der Anschweiß, der Anschweiß. Ich werde ihn jetzt mal wieder zubauen, damit du dich sicherer fühlst, oder nicht? Ja. Wir können jetzt auch hier nach oben erst mal bauen, mit Leitern, wenn du es möchtest. Können wir auch bauen. Erstmal muss ich kurz hier weiterhin in Sicherheit gehen, wo ich mich etwas entspannen kann. Oh. Alte Bammhörder. Ich weiß, wie die Nerven aufreiben das ist. Ja. So nerven auf, weil ich erstmal ne Schoki brauche. Komme gleich. Kommts gleich, wenn ich hier weiter baue, holst du denn ne Schoki. Nee, 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 nee. Ich kann auch auf meine Schokolade verzichten, ich brauche jetzt auch keine. Ich bleibe bei dir, das ist mir wichtiger. Ich brauche keine Schuhe. Irgendwann doch. Für solche kriminellen Fälle müsste ich mir doch, glaube ich, ne andere Tastatur holen. Mein kleiner Finger verkrampft immer für die, ah, Shift-Taste. Wenn ich das irgendwann mal absegle, weißt du. Wenn der nicht so klein ist. Oh, der ist aber gefährlich da. Ich weiß. Aber es hilft ja nix. Solange man diesen Gast nicht hört, ist alles in bester Ordnung. Der Sunny, der macht immer Fast-Britchen. Ja. Da wollte ich ja mitkommen in der Sa. Wo ist er denn? Keine Ahnung, er ist abgestorben. Das hätte man ihn gut gebrauchen können, wenn es danach geht. Ja, der hätte gut hier mitbauen können, ne? Ja. Ah, kriegen wir auch so hin, komm her. Er hätte ja keine Lust mehr gehabt. Okay, komm schnell zurück. Wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Gehst du denn irgendwo? Nein, ich bin doch mal zurückgelaufen. Meinst du, ich bleib doch vor deiner Ecke stehen? Hey. Gehst du bitte überhaupt beiseite? Was ist es jetzt? Merde! Korb und Zipамен Schräg 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 Ich lege Schräg Nachbesch Nam Schräg 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 Das ist jetzt auch mal egal, wir sind auch mal hier dabei, wir müssen hier mal halbwegs rüberkommen. Wir sind ja noch nicht mal da, das sehen wir dann nachher. Was du schon mal weiter lenkst, lass uns mal den Weg da hin bauen, hast du das eigentlich zu sterbseln? Nein, ganz bestimmt nicht. So, ich habe eh gleich wieder kein Material mehr, ich habe kein Material mehr, ich habe so leid es mir tut, das ganze Material ist aufgebraucht. Wir sind bald da, es ist nicht mehr weit, aber das schaffen wir heute nicht mehr, das schaffen wir heute nicht mehr. Machen wir da am Sonntag weiter. Wir können höchstenswünsche Material mal besorgen, irgendwo. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall fürs nächste Mal. Sehe ich ja schon irgendwelches Metall, was hier nicht hingehört. Oh, jetzt stand es immer so schön vor den Füßen rum. Aber ich sehe ja noch kein Metall, ich sehe nur ein netter Fest, die ist ruhig, da ist nichts. Da ist die tote Hose, die willst du rum zum Himmel hinkommen, mit den ganzen Sachen da, ey. Was? Wo? Da. Wir versuchen jetzt die letzten Steine noch an den Mann zu bringen. Weil der blöde ist ja gerade gar nicht da. Ne? Was hältst du denn davon? Ja. Wie ist denn die Taste dazu so eine kleine Shift-Taste da? Das fürchte ich nicht. Ja, da habe ich auch eine kleine Shift-Taste. Normalerweise passt gerade mal so halbwegs der kleine Finger auf. Das ist viel schlimmer. Ja, zeigst du mir nachher mal. Mach ich. Da gibt es ein netter Fest, aber wir können uns hier praktisch dann hier rüber bauen. Hier rein vielleicht. Das müsste vielleicht klappen. Was hältst du denn davon? Ja. Okay, das ist zu hoch. Die Steine haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn ganz einfach erwischt. Cool, ne? Spiegerbettelchen finde ich das auch cool. Ich auch. Das hast du nie gemerkt, ne? So, jetzt hier uns den Gang reinbauen. Hier so ein Gängelchen uns hier reinbauen. Hältst du denn davon? Gerne. 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 Also jetzt fühle ich mich auch im Messer wohl. Okay. So, jetzt haben wir hier schon mal diesen Übergang. Hältst du denn davon? Ja. Hier habe ich das Baumaterial. Können wir so weiter bauen? Ich hoffe, ich komme hier irgendwo gerade aus den netter Fest und irgendwann werden wir irgendwo rauskommen, ne? Ja. Was ist das eigentlich? Nesserziegel? Das macht man mit Nesserziegel. Die können wir mitnehmen, ne? Ja, kannst du mitbauen. Das ist schön. Ich? Ja, wir haben gerade so gerufen, weil wir gerade nichts machen. Deswegen. Wo wir irgendwo zur Festung hier kommen. Hm. Atlas. Wir sind jetzt in der Festung gleich. Du bist jetzt in der Festung gleich. Ja. Oh, ich habe so fützige Hände, ey. Oh. Theoretisch bist du schon drin. Ja, praktisch. Wir bauen mal weiter geradeaus. Können wir hier geradeaus durchbauen. Was hältst du davon? Dann muss doch mal was kommen hier, oder nicht? Wie siehst du das denn? Ja, ich denke mal, da kommt auch bald was. Oh, ja, hier kommt was. Hier geht es tief runter. Ich könnte mal eine Treppe runter bauen. Wo sind wir denn gerade hier? Wir sind da. Da geht es Treppen runter. Das ist ein riesen Teil, weißt du das? Hm. Ja. Ist nicht. Wir sind jetzt in der Festung. Wir sind jetzt in der Festung, mein Schatz. Warte, ich brauche noch mal eine Stufe hin. Ja, weg da. So. Das ist ein bisschen Talent in meinem Weg rumzustehen. Wenn es hart auf hart kommt. Fackeln links. Ganz wichtig. Ich habe Angst. Irgendwie habe ich Angst. Ich brauche noch nichts passieren. Ich brauche den Link setzen, darf nichts passieren, ne? Ich habe Nessawarzen. Nehmen wir mal mit. Ja, pass auf. Hier ist auch eine Lohe. Warte, soll ich mal Licht machen in den Gängen? Ja, mach mal. Wir sind richtig. Wir drehen sich. Ich weiß. Ich kenne eine Lohe. Nehmen wir den Link die Packe. Netter Warzen. Netter Warzen. Okay, ähm. Ich sollte erstmal Gold abholen. Ja. Ja. Okay. Wo bist du? Ja. Hinter dir. Okay. Ich habe hier auch noch Gänge. Hier geht es nach oben. Das ist ein Netter Warzen, ne? Ja. Feuerzeug. Hier schießt er. Wer schießt du da gerade? Ne, ich nicht. Die sind Wizzerskelette. Was heißt? Gibt es eine goldene Pferderüstung? Braucht man die? Kann man mitnehmen. Okay, wir gehen jetzt an der Seite rüber. Ah, wo ist das denn da? Wie ist das Skelett? Hat er dich vergiftet? Ja. Geht schon wieder Misty. Hier gibt es nichts. Okay, hier können wir wieder runter gehen. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. und wieder stellen wir nach unten rein nur zur sicherheit Ich hab wieder das blöde Mistvieh. Essen Goldappel. Ja mach ich. Nix drin. Hast du noch Apfel? Ich hab noch ein paar. Okay, hier ist Ende. Da ist unser Weg. Lass uns mal wieder rausgehen aus diesem Dilemma hier. Noch ein bisschen hier, komm her. Hä? Noch ein bisschen, komm her. Wir gehen bald wieder. Verspreche ich dir, okay? Okay, wir machen das mit den Bitter-Skeletten auf Entfernung. Da bist du süß gesagt, das ist leer und guck extra nochmal rein. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Traust du mir nicht, oder? Doch, 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 doch. Hab dich ganz so lieb, mein Schatz. Küchchen. Äh, wir sind hier lang gekommen, ne? Genau. So, wo lang? Wollen wir hier runtergehen, was da ist? Jetzt müssen wir nur wieder rausfinden. Ja, nun, eins nach dem anderen. Lenkt mich jetzt bitte nicht ab. Ich bin angespannt genug. Mistvieh. Wie viel siegt man die? Mit dem Schwert. Nicht mit Pfeil und Bogen? Weiß ich nicht, aber ich hab schon sie gesagt. Hast du schon, okay. Gibt's Pferderrüstung, wir haben schon so viele, oder? Ja, ne, komm. Okay, die Ecke ist hier. Wollen wir mal nach oben gehen? Heiß nicht. Okay. Was war das denn? Irgendwas schießt hier gerade. Vorsicht, hinter dir. Hier außen. Komm, hör mal ein Schatz. Ja? Was wüsst'n du? Warum trennst du dich? Weil hinter mir die muss ich erstmal beseitigen. Guck mal. Von da hin sind wir gekommen. Oh. Jetzt gehen wir schon wieder nach Hause. Bitte. Es geht da nun auch noch weiter. Ey, das ist ein geiles Ding hier. Okay. Wollen wir erstmal hier wieder runter gehen? ich habe sogar eine lohnrunde gekriegt super, dapper von der anderen gekommen? essen Apfel warum? aber gut, kann ich aber machen die Luhe macht gut, ich habe die Luhe Platz gemacht ok, geh mal hier rein guck mal hier nochmal kurz hoch von hier kam er ja irgendwo ja jetzt müssen ja die Fackeln dann rechts sein sagste Fackeln rechts sind, dann gehen wir nach Hause ja, dann gehen wir nach Hause willst du zurück? Magst nicht mehr? nee warum darfst du nicht? was hast du denn? ich habe die Nase wohl warum warum und hier waren wir noch gar nicht ach so, ok guck mal hier kannst du auch noch Gitter einsetzen wenn du möchtest guck mal hier guck mal hier guck mal hier guck mück tej Aus einer Lohenrute kriegst du zwei Lohenstaub. Ja, ist doch schön. Guck mal, haben wir da auch schon dazu gebaut jetzt, oder? Nein, den seh ich nicht, da kommt mich mal scheißegal, das interessiert mich jetzt nicht, ich baue jetzt hier zu, das ist viel wichtiger. Ja, auf jeden Fall. So ein Netherziegel, die nehm ich mit. Ich hab bisschen noch Granit hier. Ich baue hier mit Granit weiter, was hältst du denn davon? Na klar, das geht doch auch. 50 Punkte, ooooh, nicht springen. So kannst du dir was machen, wenn du möchtest. Den Netherziegel können wir später noch austauschen dann, ne? Ich baue hier noch ein paar ab. Das war doof. Da ist ein Loch drin. Ich kann hier weiter oben abbauen. Das ist auch so, dann fällt man da durch. Okay, das bleibt so. Okay, du wolltest es zurückgehen, ja? Ja. Ja, komm, guck mal, ist alles so abgesehen, bis auf dem Dach hier oben müssen wir noch machen. Und? Eine gute Idee? Ja, sehr, sehr gute Idee. Okay. Guck mal, bist du vollkommen sicher? Hier kannst du nackig durchlaufen. Hier kannst du Pooldance machen. Pooldance? Nee. Hier kannst du mal ganz ungeniet am Sack kratzen, ohne dass der andere hier mitkriegt. Nee. Das ist doch cool hier, wa? Pooldance ist überhaupt nicht meine Tanzart. So, nach hier unten runter. So, dass wir hier durch die Festung sehen können. Ja genau, da sehen wir sie direkt vor uns, cool. Wir müssen durch die Festung noch durch, weil vorher sehen wir nicht mehr was mehr. Das, was da, das lass mal hier. Die Gitter kannst du auch hier lassen, die brauchst du nicht mitzupacken. Ja, du hör vor. Irgendwann mal wieder eine Warze mit, ne? Irgendwann müssen wir mal nach links abbiegen, dann kommen wir in den anderen Teil. In den hinteren Teil, da ist alles neu gespohrt, da könnten wir die Metalle finden. Das ist ja mein Ziel, weißt du? Ja, kann ich. Das ist sogar ein Maßstab, 16 Blöcke. Das ist ja cool. Kann sogar abschätzen, wie weit das ist. Cool, ich hab das im Atlas. Das ist cool. Okay. Okay, gut. Ähm, dann gehen wir jetzt zurück, würde ich sagen, wa? Ja. Okay. Und tschüss. Boah. Cool. Ich find das cool. So, auf geht's nach oben. So ein paar Sachen einsortieren, weißt du? Ah, so ein paar Sachen einsortieren. Wir müssen noch ganz viel Bruchstein irgendwie noch farmen. Ähm, ich hab noch ganz viel im Rucksack. Davon kannst du auch, packe ich jetzt auch mal was in die Truhe rein. Hm. Da haben wir schon dreimal ein Pferdesattel. Welche Truhe packen wir denn rein? Äh, ach ne, hier in die Lager-Truhe. Ich hab noch ganz viel von, ich hab noch ganz viel Bruchstein in, äh... Wie, dass er automatisch einsortiert wird, oder was? Ja, dass er automatisch einsortiert wird. Die Pferdesattel, die sollten noch einen Pferdestall haben. Ja, sicherlich. Ich hab aber jetzt von Bruchstein geredet. Ach so, okay, alles klar. Ja, ist ja gut. Oh, Schoki ist wieder giftig. Schoki, der Schokolade, den ich hab, das ist... Das ist dann immer so ein Kampf ist. Also, so schlimm fand ich den in der Seite. So, nicht mit dieser... Brücke bauen, war das nicht verkehrt, denke ich mal. Da ist mein Atlas da. Alte Kacke. Joy, ey, das war ja richtig cool, wa? So, jetzt hab ich noch eine Pferderüstung. Da muss ich auch mal da hinten hin. Ich hab den Lesser bezwungen, ooooh. Kommt her, ich hab keine Chance geben, ich hab den Lesser gekillt. Oh Gott! Äh, unsere Pferde sind ja wenig geworden, weißt du das? Diese blöden Skelette, wenn die hier rumschießen, sind immer doof. Wenn die von den Pferden fernhalten, wenn wir hier drin... Die ist das eigentlich schon, da kommen sie schon wieder in das Viecher. So, hier packen wir mal eine goldene Pferderüstung hin und die Sättel. Oh, ich hab einen ganz dicken Bug hier bei mir. Ganz dicken Bug? Was denn für ein Bug? Die Welt wie abgeschnitten bei mir. Ah, kommt das... Ja, lädt da den Chunk nicht richtig, ja. Ich hab ihn da oben noch drinnen gehabt. Rote Netherziegel hatte ich damals. Die muss ich nur einsortieren, Mensch. So, dann würde ich mal sagen, ne? Wollen wir zurückgehen? Ah? Ah? Au! Oh! Im Pferdestall. So, erledigt. Ich dachte, wir gehen hier durch. Das Bäumchen ist immer noch nicht gewachsen, ey. Ich bin aber mit Pferde nicht lang. Wir haben... Wir haben den letzten Creeper drin, dann so wenig Pferde hier nur. Guck mal, hier haben wir nur noch vier Stück. Waren doch mal jeden. Eine ganze Ecke mehr. Hier ist noch Tori. Schneeflocke. Und meine sind gar nicht mehr da hier wahrscheinlich, ja. Na gut, okay. Müssen wir wieder Pferde züchten dann mal. Dafür brauchen wir auch wieder Goldäppel. Okay. Geht mal hier rein. Den kommt noch dahin. Wie sieht meine Rüstung aus? Bescheiden, ne? Der hat kommen gelitten. Okay, ähm. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Zeitlich passt das gut. Gehen wir mal nach oben. Geht's jetzt von meinen Humpen? Sehr gut. Es ist auch immer gut, ne? So, Freunde. Das waren jetzt drei Stunden 18 und 53 Sekunden. Für heute reicht das, denke ich mal, ne? Hat Spaß gemacht? Ja, ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.